Was mit denen? Warum werden die nicht angeschossen? Ist das jetzt komisch? Komm schon. Komm schon. Was bist du für ein Terminator? Also. Ich glaube, ich sollte einfach hin. Overwatch gehen, da scheinen sie besser zu treffen. Du bist tot und wirst gleich zertrampelt. Da oben sind sonst keine, richtig? Ne, da ist nur der Eingang. Das heißt, du stürmst jetzt mal vor. Und verbrauchst ein paar Punkte. Ne, warte mal, da ist falsch. Da sollst du hin. Du verbrauchst gar keine Command-Punkte. Da kommst du so hin. Eins, zwei, drei. Ach, sie dürfen doch schräg gehen. Das ist mir neu. Okay. Könnte eine Hausregel sein. Ähm. Du. Gehst da hin. Du. Gehst da hin. Und unser Sergeant geht gleich in Overwatch mit den zwei Command-Punkten, die er hat. So. Ähm. Ähm. Entern. Eins, zwei. Gewuss. Oh. Es waren ein paar mehr. Soweit alles machbar. Was ist mit hier drüben? Bewegen die sich auch noch? Ne. Okay. Du. Töten. Geschahran. Sauber. Sauber. Okay. Overwatch. Overwatch. Und du? Wo ist der Flammenwerfer? Der ist da ganz hinten. Okay. Sergeant. Geh mal. Da hin. Und geh in Overwatch mit dem einen Aktionspunkt, den du noch hast und dem Kommandopunkt. Flamer. Warte. Ne, nicht. Warte. Du. Da hin. Öffnen. Ja. Tür öffnen. Ich hoffe, die bleibt auch offen. Und geh da hinten. Du. Da hin. Da hin drehen. Und danach sollten die Jungs sich langsam zurückziehen. Und dafür werden wir die Commandpoints dann benutzen. Also ich könnte mit dem Flammenwerfer, ich weiß nicht, ob ich mit dem Flammenwerfer hinter die schießen kann. Aber wenn jetzt einer von denen da stehen würde, könnte ich denn ab hier eine Feuerbrunst legen? Ich glaube irgendwie nicht. Die sind ja doch recht massig, die Jungs. Ah. Entern. Da welche. Oh oh. Nein. Oh oh. Es sind ein paar viele. Komm schon. Schieß, 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 schieß. Keiner schießt. Ähm. Okay. Du. Dreh dich um. Dreh dich um. So. Also diese einfach mal so schießen Aktion finde ich komisch. Zumal die keine Aktionspunkte kosten, aber okay. Du hast eine Ladehemmung. Du kannst töten. Den da. Und mit den zwei Punkten, die du noch hast, läufst du weg. Du. Hier gibt es die Ladehemmung. Schießt auf den. Schießt nochmal auf den. Geschauen. Schießt nochmal auf den. Und läufst dahin. Du brauchst ein paar Kommanden. Objektiv log. Du. Drehst dich auch dahin. So. Du. Gehst einfach dahin. Nee, nee. Nicht Punkte benutzen. Du gehst dahin. Alles gut. Du stellst dich so hin, dass du nach da und da schießen kannst. Und du. Wer hat gesagt, er sollt euch raus teleportieren? Ich wollte euch da nur hinstellen. Bye bye. Ja. Das ist ein wenig komisch. Aber gut. Entern. Jo. Jo. Ich hoffe, die können nicht angreifen jetzt. Und ein Blib hinter dem Sergeant. Und okay. Du. Dreh dich mal nach da. Wird gleich schießen. Oh. Du. 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 Ähm. Kaputt. Okay. Warte mal. Kannst du da noch einen Nachkampf? Nein, kannst du nicht. Komm schon. Du bist ein Terminator Sergeant, verdammt. Hau das Ding zu. Genau. Cleanse the monstrosity. Ja. Hm. Du. Das ist eine echt ungünstige Stelle hier. Du geh mal nach. Wir können jetzt nicht nach da gehen und die hier alle umbringen. Dann kommen wir nie vorwärts. Wir machen Flucht nach vorne. Jetzt müssen wir aus dem 03 Einheiten überleben. Das sagen wir mal nicht den beiden Jungs hier hinten. So. Du. 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 Wir können uns auf jeden Fall in den Rücken schießen. Du. Gehst nach da. Drehst dich nach da. Nein. Du gehst nach da. Drehst dich nach da. Kostet vier Punkte. Dann hast du noch zwei Über für Overwatch. Und dann. Drücken wir einfach die Daumen. Und der letzte Mal hätte definitiv der Flamer sein sollen. Dann hätte ich hier einfach alles blocken können. Und dann ist gut. So. Also du hast keine mehr. Du hast keine mehr. Du hast keine mehr. Der Sargent könnte jetzt sterben. Das wäre nicht so schön. Das wäre echt nicht schön. Ja. Gib ihm. Oh. Unentschieden. Unentschieden. Und tot. Das hast du nicht gut ab. Ladehämmung. Noch ein Angriff. Jo. Oh. Und tot. Unser. Nicht gut. Ach. Die Leichen werden raus teleportiert. Das ist auch nicht schlecht. So. Ja. Ähm. Da oben ist jetzt kein Ding mehr. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Äh. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Drehst dich nach da. Das sind irre viele. Gehst gleich in Overwatch. Mit dem einen Punkt, den du noch hast. Und dem einen Commandpunkt. So. Du drehst dich um. Schießt einmal und gehst dann auch in Overwatch. Okay. Schießen. Einmal plus einmal. So. Nächste Runde versuchen. Der oder der sich dann zurückzuziehen. Keine Aktionspunkte mehr. Okay. Entern. Ist okay. Übel. Okay. Ladehämmung. 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 Ich hätte jetzt echt gerne. an den schweren Flammenwerfer. So. Ähm. Du. Ladehämmung. 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 Einmal schießen. Overwatch. Du. Fließt einfach. Dann hätten wir gewonnen. Äh. Wenn du hierhin gehst und dich drehst. Ja. Das war sehr komisch. Jetzt hättest du Overwatch. Warte mal. Jetzt kannst du den töten. Und hast immer noch Overwatch. Und müsstest hoffentlich auch das Felder treffen. Okay. Okay. Dann gehst du nächste Runde einfach einen Schritt zurück. Bis weg teleportiert. Und er dreht sich ein nach links. Und geht zwei Schritte. Drei Schritte vorher. Und wird aufwägt. Sehr schön. Müsste klappen. Wenn wir diese Runde jetzt überleben. Jo. Gib ihm. Gleich Ladehämmung. Ah. Okay. Beide haben Ladehämmung. Oh. Beheben die Ladehämmung gleich. Okay. Das mit der Ladehämmung beheben finde ich echt komisch. Also können sie im Overwatch durchgehend schießen. Und wenn sie nicht im Overwatch wären, müssten sie einen Aktionspunkt aufbringen. Aber gut. Du. Du da. Lauf mal rückwärts. Objekt ist lang. Swoosh. Du. Geh mal da rein. Yes, my lord. Top, 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 top. Und. Our forces are free to advance on the objective. Mhm. Prepare yourself for battle. Vier von fünf. Das hätten wir besser machen können, den wir wirklich den Flamer hätten hinten gelassen. Das heißt, er hätte dann unten durchgehend nach rechts gebrannt. Die zwei, drei Runden. Dann hätte sich der Stormbooter, der links den Gang deckt, zurückgezogen. Der Flamer wäre in diesen langen Gang hier gegangen, hätte aber den ganzen Gang zugebrannt. Und dann hätten sich alle ganz ruhig zurückziehen können. Aber ja, das hätten wir auch dazu gelernt. Und warum kann ich nicht Continue machen? Ach so, es gibt keine Missionen mehr. Mail-Menü. Kampagne. Boarding Prequel. Ach, da haben wir alle drei geschafft. Ja, okay. Was ist das hier? Select Mission. Continue Last Load. Nö. Okay. Damit wäre wohl das Prequel fertig. Und ist doch eh ein guter Zeitpunkt für einen kleinen Cut. Es müssten jetzt drei Folgen gewesen sein. Ich bin soweit von dem Spiel doch positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Das letzte Spiel, das mit der Unity Engine gemacht wurde, hat mich doch ein wenig enttäuscht. Das war Schicksalsklinge. Aber hier, also ja, Grafikfehler sind ein paar aufgetreten. Also dass sie schräg schießen und das Genestealer einfach so verschwinden. Und die Kamera ist mir ein bisschen komisch. Aber alles in allem, wenn man Space Hype mochte und Wurma 40.000, dann ist es definitiv ein solides Spiel. Ich werde auch auf jeden Fall weiterspielen. Aber erst nächste Folge. Also bis gleich. Also bis gleich.